ja hallo herzlich willkommen freunde wir spielen wieder eine runde gta und ein fahrzeug voller drogen wurde gesichtet ja wir spielen diesmal den job carjacker wo wir irgendwie autos klauen müssen und die zu petrovic bringen müssen genau und da sind noch ein paar einige andere homes hier dabei ein bisschen gesellschaft leisten weil die anderen haben es auch abschließen oder ja es ist ja hier das ziel dass man diese autos da kriegt mit drogen und sich gegen sich abschießt so wie scheint ja doch er hat mich erschossen ich habe jemanden umgefahren keine ahnung vielleicht kommt auch noch an wir am schnellsten das man kriegt aber keine punkte dafür wenn man jemanden da ist aber schon jemand hat sich das krass gewollt anscheinend ich fahre jetzt erstmal in der abkürzung hohohoho das macht mir gleich natürlich super cool mein fahrzeug wurde gestohlen wird krasen ach ja wir müssen den glaube ich aufhalten wer zuerst das schafft oder ich weiß nicht ja ich glaube das ist ja nein er hat mich getroffen ist so eine niederlage aber so wo ist das fahrzeug jetzt gibt schon zwei fahrzeuge oder ach es gibt schon neue kann das auch sein wer die meisten fahrzeuge geschafft der hat gewonnen und den anderen typen den kann man noch platt machen oder was wie immer alter gta weil muss das so muss das ja langweilig sind oder eigentlich ein Krabbelhanger hehehe der Rotzler holt sich ein Auto und hat er gut dann glaube ich es nicht das ist unhilfig ich suche dem ja lieber das andere hier vorne der Pelin sind gerade eine ganze Erfahrung gut wohin soll ich das bringen? äh zum Übergabeort wo ist der? ja ich weiß nicht hier ist er ich bin allein oh ich bin gestorben wir müssen zusammenarbeiten ja irgendwie schon dann holt uns am besten ab oder? der Pelis hat mich ja gekillt ey ich weiß der hat mich auch gekillt hier liegt mir überall nur AK rum ja das ist nur Sturmgewehr das habe ich so eingestellt oder Patrick das ist ja Müll ne ist doch cool da liegt auch Empfehlung ach muss mal aber ich glaube der kommt auch irgendwie nicht weg mit seinem Auto dort oder? und seinen Punkt jetzt wurde ein Fahrzeug gestürmt oh da oben gehts ganz schön los sag mal welche Farbe bist du fertig? boah ich so Peter he 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 er ist ja das Fahrzeug fast ne Timmel wir arbeiten zusammen los ja ja warte 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 hier ist das Fahrzeug ich fahre komm steig ein und du hilfst mir hey hey ach scheiße man kann nicht zusammenfahren ja fahr du fahr du ich nehme anderes ja du musst aber das ist das Zielfahrzeug du musst mich trotzdem beschützen versuchen warte warte wo wo muss man hin zu dem blauen Punkt oder? ja ne ne zu dem grünen ne ne das ist das nächste Fahrzeug äh zu dem gelben bin ich gelb nein der blaue ist ein anderes Auto du bist so naja stimmt das richtig aber ich brauche ein neues Auto mein Auto ist kaputt ja meins auch ein bisschen versuch's mal heim zu bringen die anderen blätten sich auch ganz schön nicht wahr? ganz gut ja jetzt ist man Schluck getrunken ne wird's ja gleich ein bisschen flüssiger voran gehen würde ich sagen so und jetzt werden wir den Elby beschützen und so vor Ort war er in der Auslösung ein Auto ist im Kasten ist steig aus hoch auch noch gut Prozent okay ein aufwendungs ich glaube es hat hat schon jemand geschafft der erste Typ hat schon geschafft und abzunehmen anscheinend so wie es aussieht der plus 1 oder? der plus 1 bisher ja 1 für 1 kriegst du 1500 ja denk schon das Problem ist nur das ist irgendwie nicht so einfach und die Autos sind so lahm die man da findet theoretisch könnte einer von uns den also den Abgabeort bewachen dass das keiner eins abbringt das Versuche gebracht aber der ist bei gelb ach du bist da hinten ja das ist ja cool Patrick hat auch ein Auto gestohlen da hole ich mir auch noch ein Auto weil so funktioniert das Teamwork besser ihr holt euch Autos und ich bewacht aber es gibt noch einen zweiten Übergabeort warte mal ich höre erstmal hier was schutzfeste boah ein Banshee der sah so geil aus ich fahr grad eben nicht krass oberst wager hab ich besser gewusstet dukes gerannt ach nein das ist Patrick's Auto Mist alter das geht doch gar nicht Patrick fahr mal weg da warum stehst du da eigentlich Patrick ja ich stehe überhaupt nicht jetzt fährst du na ich hol mir glaub ich das andere Auto ach ne das bist du das nein das bist du gar nicht das ist der Typ ja ihr habt fast dieselben Farben der Gewinner und du der holt sich nämlich grad das nächste Auto ich fahr ja so hin aufzuhalten wartet ach wir hätten doch SMGs einstellen sollen na egal muss auch ohne gehen ich schieße ihn ab ich hoffe ich schaff's jetzt ist er wieder weg der fricks mich aus der Typ hat er mit dem Urschung gemacht der fährt irgendwo lang mein Auto ist zu doof ey der PM 800 oder wie der heißt ist total doof 600 glaube ich nicht der fährt irgendwie hammer schlecht Achtung der Typ kommt zum Übergabeauftrag ich kann den grad nicht aufhalten wenn das Auto so lang ist aber ich muss schon alle wieder so weit die sind schon alle wieder so weit da komm ich gar nicht mehr hin Bürgerschad das ist mein Laden ey erstmal einen schönen Biggie Big Burger hier rein zu nehmen Was hat der für Probleme? No Mafia. Man fragt sich, ob das eigentlich alles Russen spielt. Oder nicht. Hacker. Wahrscheinlich. Die Mähnen wahrscheinlich einen Fleischer. Er zagt auch immer. Ok, das war ein schlechter Mitz. So ist es nämlich wirklich. Nur auf den billigen Plätzen, ja? Oh, der Einer hat viel mehr Cola als wir alle zusammen. Aber du hast 1.000, cool. Hackerl, ey. Hier fährt das ein Auto, yeah. Ja. Ah, ne. Oh nein. Schaffe ich den Sprung? Ich versuch's. Huch! Okay, ich schaff das Sprung nicht. Hätte klappen können. Hm. Genau, nix war der, der hat mich umgeschossen. Ja. Oh, eine Energie. Na, das ist ja nice. Oh, in vier Minuten. Oh, in vier Minuten. In vier Minuten muss ich gewonnen haben, Patrick. Äh, no. No. Der Chat nervt irgendwie, oder? Es ist nicht. Der gibt's aber bei, bei... Also bei GDA5 ist der dann, glaube ich, besser geregelt, dass der irgendwo links unten ganz klein in der Ecke oder so glaub ich. Immer Achtung Achtung Alle bleib stehen bleib stehen Der ist am Auto Das wird ne heiße Schlacht um das Auto Hit Patrick halte die Stellung Der hat die gewonnen Aber ich habe ihn auch erwischt Ja er ist tot dann kann ich das Auto nehmen Das war gut Patrick Das Problem ist nur du hast die 1000 Punkte und die gehen nicht zusammen Ich glaube diesen Car Tracker gibt es auch im Team Den kann man auch im Team machen Das hätte man vielleicht eher nehmen sollen Ich komme dir zur Hilfe Danke Ich weiß doch sonst nicht wo ich hinfahren muss Ich habe einen Wegpunkt gesetzt Dann geht das alles viel schlüssiger hier Ich habe ein Auto abgeliefert Ich habe ein Auto abgeliefert Jetzt nehme ich die Energie und dann mache ich schnell mich auf Zum einen Einmal Ich habe ihn mit ihm Ich habe ihn mit ihm Ich habe ihn mit ihm er hat schon wieder einfach das ist nicht ziemlich gut aber so gut und die anderen so schlecht okay das auto ist schon besseres das ist auch schneller kann doch nicht wahr sein ich glaube in 30 sekunden schafft das nicht mehr absolut schade schade eigentlich das lief es eigentlich gerade du musst dich erst mal ein bisschen rein finden in den job aber dann läuft das ein oder eigentlich ganz cool hat schon ein Job wenn man das im Team macht das ist eigentlich noch gerne sein ja gut drei Sekunden na zweiter, zweiter, ja und Wurzler als herrschlicher vierter, äh dritter aber sie steht irgendwie hinten die Bestandteil ist ja was weiß und dann machen wir bloß eine Runde oder so und auf einer Strecke und dann boah das sind richtig viele das wird lustig jetzt Motorräder, Alter krass fach jo aber mach mal nur eine Runde am besten, oder? äh, äh, zwei na gut who created, äh, TMW so was machen wir los ach, mein Z in Y funktioniert wieder das ist gut ja, das passt was die für den Müll da rein treiben, ey ja hab ich schlimme Schwimmen ey, ich bin ganz vorne krass wer ist mein Stoppy, äh, hier oh, ey, ich bin so vorne weggefahren gerade ey, die beholt ich übelste ja ja ja, ich hab paketen machen wir hier gerade mit die Arten yo, yo, yo oh, shit, nigga oh, nee mit diesem den kann man eigentlich sübst geil fahren jo ach so, nee, ich hab die Nrg genommen weil die viel schneller ist und bei der da kann man doch wo was anderes nehmen dann, oder? ja, kann man du kannst nicht wirklich ein Bungee schnappen, wenn der noch rumsteht aber der wird nicht schneller sein, als die Nrg glaub ich mal ich hab ja keine Nrg genommen Leute? ich kann mit dem Auto Barroworn als mit so einem Dings hier durch Anger in Führung gegangen ist scheiße ich bin runtergestürzt von dem Moppet hehehe ich hab ein Checkpoint verfehlt, ich alter Homsen ey patty moin einfach mal eiskalt am patty vorbeigebaut da kommt der Typ vorbei, na toll ja, der fährt falsch aha wenn der Homs ist das im Homs ist das ja, der Homs ist das da kam er grad entgegen der Homie hey, warum fall ich runter nur war ich mal gegen den Bordsteinfahrer fahr ich gleich mal vom Hufhaus ja, Nrg ich zieh an euch allen vorbei das sind zwei Runden mein Bruder Da geht noch was. Ehrlich jetzt? Ja. Ich mach ja noch alle kalt. Ja, wer essen jetzt? Erst soll ich? Doch, doch. Und dahinter ist... ist das der Putz? Nee, das ist dieser Charles. Oh, jetzt bin ich nicht mehr Erster. Er hat dich überholt, he? Keine Mörder, alter. Der Typ will ich unbedingt einholen. Aber ich habe keine Schusswaffe. Er würde mich vielleicht runter schießen. Ach, der war. Oh nein. Man, 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 warum sind die immer so schnell? Oh, jetzt schießt er. Ich muss am besten... Ach, wird schwierig, wenn er schießt. Ich kann wenigstens ausweichen. Los, 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 los. So, wenn ich gerade wenig sage, aber... Ich muss mich konzentrieren. Scheiße. Scheiße. Ach, jetzt will ich am liebsten sterben. Das ist doch scheiße hier. Jetzt bin ich unten auf der Brücke. Nein. Jetzt müsste man sich ein Heli nehmen und den ersten abknallen. Das wärs. Ich bin schon wieder vierter Mensch. Leider. Boah, ich bin irgendwo im Nirgendwo. Das ist doof. Hier ist nichts, ey. Mist. Da werden wir noch glatt mal sterben. Gehen. Ne, ich da will mal sterben gehen. Aber der erste, der ist so weit vorne, das ist irre. Der ist aber nicht weit vor dir. Doch, total. Der ist schon fast ein Ziel. Der ist ja total weiter, der ist schnell weitergefahren, wo ich runtergefallen bin. Und ich muss erst nach dem Checkpoint noch suchen. Oh, geil, ne, guckt weiter. So muss das sein. Was ist denn eigentlich für ein Gerät? Was für ein Gerät, bitte? Na, hast du schon stunden? Oh, warum hier oben? Hey, das soweit zurück ist. Oh, oh. In meiner Klasse. Kann sein. Herzlich, was macht du eigentlich? Du bist zweiter, Alter? Ja, ja. Ja, ja. Sagt die ganze Zeit nix. Ja, ja, wir ziehen nirgends durch. Ich bin drüber. Oh. Jetzt kommt der Öffeljagd. In meiner Coquette. Gucken ob ich das schaffen kann. Ja, ist ja durch jetzt. Ich glaube, er nicht, dass ich das schaffen kann. Was? Ja, mit der Coquette die ganze Tüten sind da. Von hier und so. Ja, wo bist denn du? Du bist doch vor mir, oder? Mhm. Alter, echt jetzt? Ja. Still, Mann. Mein Auto. Im Arsch. Echt? Was? Ich fokke an den Pacio. Ja, das ist so schnell. Ah, es ist ja auch schnell mit meiner Coquette da. Das ist auch gut. Ich fokke an den Pacio. Ich fokke an den Pacio. PADger, du bist unten im Ziel? Ööö. Ist der Erste eigentlich schon im Ziel? Nein. Junge ist direkt dran. Das ist gut. Oh, da stand ein Coquette, die ich nicht genommen hab. Kann ich mit dem Ruf? Ah, jetzt ist er am Ziel. Junge ist doch nicht direkt dran. nämlich wenn ich kann das so neben 20 sekunden ist per liter um eigentlich mal gucken wenn ich noch sehen kann hier los ist das auto Na, ich komme! Ich bin nochmal schön über deinen Kopf rüber gefahren. Ich erinnere, dass du das machst. Ist doch schon eine Strecke. Wie siehst du denn aus mit so einer Klatze? Krass, ne? Ja, du bist ein cooler Typ. Machst du nie hier hin mit Dreadlocks? Nee, die hatte ich weg. Ich habe mir mal einen neuen gemacht. Ich mache jede Session einen neuen Typ. Jetzt muss ich mich auch beeilen. Huch! Na ja, also mit dem beeilen musst du vielleicht noch ein bisschen besser definieren. Das ist eben nur so ein Bankfuci. Wird ja nichts. Ja, das ist kein Bankfuci. Das ist einfach nur ein Penner oder so. Ja, nur im Anzug. Ich weiß, was du vorhast. Mist! Wenn mir geklappt war. Nee. So. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wie eine Zuschauer. Ja, tschau. Und jo, knallt rein wie immer. Mal sehen, wenn wir wieder mal ein schönes GTA-Rennen machen.